180 Millionen Euro für den kommunalen Klimaschutz bei euch vor Ort. Diese 180 Millionen Euro bringen wir mit dem KIPKI-Gesetz auf den Weg. KIPKI steht für Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation und ist eins der größten Investitionsprogramme, die jemals ein Bundesland für Kommunen auf den Weg gebracht hat. Wir stärken damit den Klimaschutz bei euch vor Ort, denn bei euch vor Ort kann entschieden werden, was ihr mit dem Geld macht, denn jede Kommune in Rheinland-Pfalz profitiert finanziell enorm. Klimaschutz wird entscheidend in den Kommunen vorangebracht und deswegen sind diese 180 Millionen Euro auch ein so wichtiges Investitionsprogramm. In den Kommunen wird entschieden, wo werden erneuerbare Energien erzeugt, welche Dächer haben Photovoltaik, welche Gebäude werden wie saniert, wo und wie wird erneuerbare Wärme erzeugt. Und deswegen stärken wir mit diesen 180 Millionen Euro enorm den kommunalen Klimaschutz. KIPKI ist Klimaschutz, der vor Ort ankommt und der für euch gemacht ist.